hallo leute ich war mal wieder unterwegs um schöne fotos zu machen das wetter ist bei uns jetzt besser geworden und ich konnte jetzt hier im heimischen garten also ein paar singvögel fotografieren ich finde die fotos sind ganz schön geworden schaut sie sich einfach mal an wenn sie euch gefallen gebt mir einen like und abonniert meinen kanal dankeschön tschüss es gibt es gibt es gibt die Hauptsache die